Servus Leute und willkommen zurück hier zum täglichen Update auf dem Crypto AG Kanal. Ich bin Liam und wie immer möchte ich euch nochmal kurz den Content präsentieren, bevor es mit dem Video losgeht. Und zwar redet Finn heute in den Onchain-Daten über ein etwas umfangreicheres Thema zum Thema BlackRock und Krypto. Da wird es nochmal etwas tiefer in die Materie reingehen. Der Part geht heute auch etwas länger, deshalb am Ende auch kein News-Part. Und danach rede ich nochmal in der Chart-Analyse einfach über das Neueste, was in den Charts passiert ist, beziehungsweise über eine wichtige Resistance, die wir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht durchbrechen werden, weshalb wir mit dem Bitcoin-Kurs noch weiter abfallen werden. Leute, damit wollen wir auch direkt nochmal folgen zu unserem Kanal, denn hier könnt ihr natürlich sehr gerne ein kostenloses Abonnement dalassen oder natürlich auch gerne Feedback in Form von Like oder Kommentaren geben. Das freut uns natürlich immer sehr für den Algorithmus und gibt uns auch die Chance, unseren Content noch zu verbessern für euch. Und falls ihr uns noch mehr supporten wollt und selber tradet, dann könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne über unseren BitGat-Link registrieren. Der ist immer in der Videobeschreibung, der erhaltet ihr nochmal zusätzlich bis zu 4.163 US-Dollar Bonus auf euer eingezahltes Geld. Ihr habt niedrige Exchange-Gebühren und die Fees zahlt ihr so oder so. Das bedeutet, so könnt ihr uns einfach komplett kostenlos supporten und habt dadurch sogar noch einen Vorteil. Und Leute, damit würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video und bleibt bis zum Ende dran. So, heute wollen wir den On-Chain-Daten mal über eine ziemlich interessante Sache, die auf Twitter aktuell so ein bisschen die Runde macht, sprechen. Und zwar ist das ein Report von BlackRock aus 2022. Hier geht es um den Anteil an Bitcoin, den man in einem Portfolio halten sollte. Und aktuell geht dieser Screenshot hier ziemlich auf Twitter rum, wo es die Anscheinung macht, dass BlackRock empfiehlt, dass knapp 84% von dem Portfolio in Bitcoin gehalten werden sollte. Aber, wenn man ganz ehrlich ist, stimmt das nicht ganz. Denn, man muss ganz klar sagen, hier ist nur ein Beispiel genommen worden, nämlich das Basisbeispiel von einem Portfolio, was 60% in Equity hält und 40% in Bonds hält. Und dabei sollte mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit von Performances von Bitcoin dann eine Bitcoin-Allokation von 84,9% empfohlen werden. Aber, dazu muss man auch ganz klar sagen, hier unten steht es schon, wenn sich die Risikobereitschaft des Investors etwas verschiebt, also beispielsweise nur noch 20% Stocks, 80% Bonds genutzt werden sollten, dann wäre die Bitcoin-Allokation in diesem Portfolio bei 12,5% und dieses 20-80-Verhältnis wäre sozusagen nur noch bei den restlichen 87,5%. Und, gegensätzlich dazu, wenn man noch risikobereiter wäre, also 80, 20 in Aktien und Staatsanleihen investieren würde, dann würde die Bitcoin-Allokation sogar auf 106% gehen. Das heißt, man würde tendenziell nur noch Bitcoin halten. Trotzdem ist das eben nicht die ganze Wahrheit, weil in diesem BlackRock-Report geht es um verschiedene andere Sachen auch und es ist eben auch nicht unbedingt von BlackRock dieser Report. Dieser Report ist von Autoren, die alle bei BlackRock arbeiten, widerspiegelt aber die Meinung der Autoren und nicht von BlackRock. Das bedeutet, auch hier muss man etwas differenzieren zwischen der Meinung der Autoren und der von BlackRock. Trotzdem stimmt es auf jeden Fall, wenn wir hier mal ganz kurz runterscrollen, sehen wir hier schon, hier steht das Ganze nochmal, was wir eben schon gesehen hatten, dass je nachdem, wie man, sag ich mal, das Risiko eines Investors betrachtet, natürlich eine große Bitcoin-Position hier schon mehr oder weniger empfohlen wird oder aus diesem mathematischen Modell hervorgeht, aber bei weniger risikobereiten Investoren eben auch diese kleinere Position. Trotzdem darf man auch nicht vergessen, dass das alles hier, all diese Annahmen, die hier getroffen werden, darauf beruhen, dass es eine festgelegte Wahrscheinlichkeit von einer Überperformance von Bitcoin gibt. Beispielsweise, wenn wir jetzt hier einmal ganz kurz runtergehen in die Statistiken, sehen wir hier, das sind die erwarteten Probability-Density-Functions. Die erwarteten Annual Returns von verschiedenen Anklageklassen, von Bitcoin, von Equities, also Aktien beispielsweise und Bonds, also Staatsanleihen. Und hier sehen wir schon unten ein schwarzes Bitcoin, der ist halt manchmal sehr, sehr negativ, manchmal sehr positiv. Aktien und Bonds sind da viel, viel weniger volatil. Trotzdem mussten die natürlich hier, sag ich mal, einen Wert festlegen, wie Bitcoin performt, haben sie auch gemacht. Das steht oben im Paper nochmal, da kann auch jeder nochmal für sich selbst nachlesen. Trotzdem, um das Ganze hier vielleicht mal kurz zusammenzufassen, Bitcoin hat eine Normalverteilung und nochmal einen kleinen, ja, sag ich mal, besser performenden Teil hier vorne an Annual Returns, an durchschnittlichen Annual Returns, beziehungsweise PDF hatten wir hier oben schon übersetzt, ist Probability-Density-Functions. Das bedeutet, wie wahrscheinlich es ist, dass wir bestimmte Returns erwarten können. Und hier ist natürlich sehr wahrscheinlich diese 0 oder 1, also diese, sag ich mal, niedrigen Returns. Aber auch hier haben wir eben hier vorne bei den wirklich guten Returns auch nochmal einen kleinen Peak. Und das lässt sich dann hier in der zweiten, sag ich mal, Statistik nochmal etwas besser darstellen. Und zwar geht es hier um das Normal-Regime, wo sozusagen im Endeffekt das normale Bitcoin, die normale Bitcoin-Performance mehr oder weniger darunter fällt. Und eben dieses Bliss-Regime, also dieses Glücks-Regime im Endeffekt, Glückseligkeits-Regime, wie man es auch immer nennen will jetzt wirklich. Dabei geht es darum, dass Bitcoin in bestimmten Marktphasen, in seltenen Teilen, dann wirklich extrem überperformt und sich im Endeffekt in einer bestimmten Zeitspanne nur in diesem sehr positiven Annual Returns-Bereich auffällt. Und genau dieses Bliss-Regime, was hier in grün dargestellt wird, ist das, was im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit sehr stark beeinflusst, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich es ist, dass dieses Regime hier eintritt, wo wir große Gewinne erfahren würden, macht natürlich einen großen Unterschied bei unseren Bitcoin-Holdings. Das ist ja ganz klar, weil wir eben hier gesehen haben, diese ganzen Anzahlen hier, diese ganzen Daten hier, sag ich mal, mit 84% oder 12% für Leute, die nicht so risikobereich sind, sind alle für eine bestimmte Wahrscheinlichkeit für dieses gute Regime, wo wir sozusagen eine Überperformance oder eine deutliche Überperformance von Bitcoin sehen würden. Wenn wir jetzt hier diese Probability of a Bliss weiter anpassen würden, dann kann man natürlich auch davon sprechen, dass wir bei bestimmten Wahrscheinlichkeiten für diese Überperformance, also wenn die Probability of a Bliss bei bestimmten Werten ist, dann können wir, sag ich mal, da unsere Holdings auch daran anpassen. Das bedeutet nämlich hier, dass wenn wir 1% in Bitcoin halten sollten in einem Portfolio, sollte die Wahrscheinlichkeit, die Probability of a Bliss-Regime, bei knapp 0,0003 sein oder auch 0,03%. Für eine 2% Bitcoin-Allokation im Portfolio sollte es bei 0,52% sein und für 3% im Portfolio sollte die Wahrscheinlichkeit für dieses Bliss-Regime bei knapp 1,93% sein. Das heißt, hier muss man ganz klar sagen, umso wahrscheinlicher es ist, dass dieses Bliss-Regime ist, also dass Bitcoin deutlich überperformt, umso wahrscheinlich, äh, Entschuldigung, umso größer soll natürlich die Bitcoin-Holding im eigenen Portfolio sein. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz hier runtergehen, können wir uns natürlich ziemlich genau vorstellen, was das denn hier darstellen soll, und zwar natürlich meiner Meinung nach zumindest die Bullenmärkte, weil da ist es so, dass natürlich Bitcoin stark überperformt und eigentlich oftmals zumindest gar nicht so volatil ist, weil es eben nur eigentlich in eine Richtung relativ konstant geht und nicht nach oben schießt, wieder nach unten schießt und wieder nach oben schießt. Und dementsprechend kommen die auch hier in diesem BlackRock-Paper zu der entsprechenden Conclusion, und zwar, dass es ein normales Regime gibt und ein Bliss-Regime. Im normalen Regime ist die Volatilität hoch und der Return jetzt nicht unglaublich. Und in diesem Bliss-Regime ist der Return halt eben extrem hoch, also hunderte von Prozenten, und die Volatilität relativ gesehen kleiner. Und wenn man jetzt das, sag ich mal, in dem bisher betrachteten Fall, was wir eben oben angeschaut hatten, betrachten, dann haben wir ja eben schon die Wahrscheinlichkeiten genannt für verschieden große Bitcoin-Allokationen in den Portfolios, aber hier wird trotzdem auch nochmal gesagt, dass eine signifikante Allokation von Bitcoin durchaus hier, sag ich mal, das Ergebnis darstellt. Und es wurde noch eine zweite Sache, sag ich mal, beziehungsweise eine zweite Anlagestrategie bewertet, und zwar Cumulative Prospect Theory. Die wurde bisher noch gar nicht aufgegriffen in diesem Video, aber auch genauso in dem Post, den ich euch eben gezeigt hatte, wurde das gar nicht aufgegriffen, weil es alles, was wir bisher gesehen hatten, bezog sich jetzt, sag ich mal, hier mehr oder weniger auf diesen Post und auf diese Zahlen, aber nicht auf diese zweite Sache. Das ist einfach nochmal ein anderes Kapitel in dem Paper. Und auch hier sagt man, hier wurden die Wahrscheinlichkeiten von dem, Entschuldigung, nicht die Wahrscheinlichkeiten, sondern das Verhältnis von Stocks zu Bonds nochmal angepasst und auch die Wahrscheinlichkeit für ein Bliss-Regime wurde angepasst. Aber auch hier kommt man zum Ergebnis, dass bei einer Wahrscheinlichkeit von 0,05% für ein Bliss-Regime trotzdem eine Bitcoin-Allokation von approximately 3%, also circa 3% zu empfehlen ist, beziehungsweise hier zumindest nach dieser Rechenweise bei rauskommt. So, das Ganze war jetzt vielleicht insgesamt ein bisschen viel, aber ich wusste jetzt auch nicht ganz genau, wie ich euch das am besten rüberbringen soll. Ich wollte euch nur einmal ganz klar, klar machen. Es sind auf jeden Fall jetzt nicht so, dass BlackRock jetzt empfohlen hat, 85% aller Portfolios sollten Bitcoin sein. Das ist einfach nicht wahr und wurde hier jetzt glaube ich auch nochmal etwas genauer dargestellt, dass BlackRock sich irgendwo um diesen 3% Wert so ein bisschen drumherum bewegt. Klar, nach diesem Rechenmodell für risikobereite Investoren und gerade wenn die Wahrscheinlichkeit für eine sehr starke Performance, die hier eben Bliss-Regime genannt wurde, wenn die sehr hoch ist, dann sollten die Anteile von Bitcoin im Portfolio auch entsprechend größer sein und natürlich gegensätzlich auch dazu, wenn man ein weniger risikoreicher Investor ist, dann sollte das natürlich auch etwas kleiner sein und wie gesagt halt auch immer an der Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir eben dieses Bliss-Regime sehen, was meiner Meinung nach definitiv einfach nur für den Bullenmarkt steht, in dem Bitcoin halt eben mehr oder weniger einfach nur straight nach oben geht und theoretisch die Volatilität im Verhältnis dazu, dass Bitcoin einfach nur in manchen Konsolidierungsphasen die ganze Zeit hoch und runter geht, ist die Volatilität bei Bitcoin dann natürlich etwas geringer, weil es mehr oder weniger konstant in eine Richtung geht. Trotzdem muss man hier natürlich auch sagen, das ist jetzt nicht von BlackRock irgendwie hier festgelegt, als daran wollen wir uns jetzt in Zukunft halten, das ist ein Paper, das ist einmal eine Analyse dazu, wie viel man denn beispielsweise in verschiedenen Portfolio-Strategien an Bitcoin halten sollte. Ich denke, da wird sicherlich nochmal vieles mehr von BlackRock kommen. Trotzdem ist es natürlich extremst interessant, wenn der größte Vermögensverwalter der Welt inzwischen hier mit Zahlen spielt von 3%, die man im Portfolio halten sollte an Bitcoin. Selbst wenn es nur 1% wäre, wäre das Ganze natürlich schon in den nächsten Jahren unglaublich, wie viel Geld dann theoretisch noch in Bitcoin strömen müsste. Deswegen ist das hier natürlich trotzdem als positiv anzusehen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht von diesen 84% sprechen sollte, die vielleicht aktuell so ein bisschen auf Twitter die Runde machen. Trotzdem würde ich sagen, sollten wir uns jetzt natürlich die Charts nochmal anschauen, das macht wir mit euch wie gewöhnlich und wir sehen uns morgen wieder in den Anstieg dann. Ciao, ciao. Okay Leute, dann auch nochmal willkommen zurück zur Chartanalyse. Wir wollen uns heute auf jeden Fall nochmal Weekly, Daily und Only Timeframe anschauen, einfach weil wir jetzt bald den Weekly Clause haben werden und dieser natürlich auch nochmal sehr ausschlaggebend für den Bitcoin-Kurs ist, beziehungsweise für den Preisverlauf in den nächsten Wochen. Denn wir hatten jetzt natürlich hier vier Wochen lang am Stück fast kein Movement, keine Preisbewegung, zumindest hatten wir nur Wicks in beide Richtungen, aber die wirkliche Candle-Range von diesen vier Candles war einfach fast nicht vorhanden und jetzt haben wir eine Candle, die natürlich deutlich negativer ist, wenn man das hier mal vergleicht. Natürlich, wenn man das hier ein bisschen rauszoomt, haben die Candles hier immer noch fast kein Movement gemacht, aber man erkennt auf jeden Fall, dass die momentane negative Weekly Candle deutlich stärker ist oder ein zumindest deutlich größeres Volumen hatte als die vorherigen Candles und dementsprechend können wir uns darauf einstellen, dass wir jetzt erstmal weiter mit unserem Short-Movement, mit unserem Movement nach unten, mit dem Preis fortführen werden. Das Ganze ist natürlich auch nochmal wichtig in Richtung der 25.200 US-Dollar. Ich kann mir nicht vorstellen, beziehungsweise ich kann mir nur schwierig vorstellen, dass wir mit dem Weekly nochmal da hingehen werden, einfach weil es momentan ja auch news-technisch ganz gut aussieht im Crypto-Space, aber natürlich kann es trotzdem sein, das bedeutet, ich würde trotzdem nochmal die 25.200 US-Dollar hier definitiv im Auge behalten, denn es kann natürlich sein, dass bevor wir hier irgendwie weiter nach oben gehen oder ein neues High, also über 31.700 US-Dollar oder was das hier für ein High war, gehen, dass wir davor tatsächlich nochmal hier auf dieses Preis-Level kommen. Da ist natürlich dann auch nochmal sehr schön die Situation oder die Möglichkeit, die Long-Positionen zu vergrößern oder natürlich auch, falls ihr es noch nicht gemacht habt, neue Long-Positionen zu eröffnen. Wenn wir jetzt nochmal vorgehen in den Day-Chart, können wir hier auch erkennen, dass wir momentan hier so eine Downtrend-Linie haben, die habe ich hier einfach mal eingezeichnet. Ich habe das hier mal rausgenommen, weil hier hatten wir ja letztendlich einfach nur diesen Wig nach oben und wurden direkt wieder rejected und wenn man das jetzt einfach mal rausnimmt und diese Linie einzeichnet, dann haben wir hier einen wunderschönen Downtrend, den wir noch nicht durchbrochen haben. Das bedeutet, Leute, es ist auf jeden Fall Gewissheit geboten, dass wir weiter nach unten gehen mit dem Bitcoin-Preis, solange wir nicht hier über diese 29.700, 29.800 US-Dollar kommen, wo momentan eben diese Downtrend-Linie ist. Solange wir darüber nicht closen, werden wir hier wahrscheinlich auch keinen Trend-Reversal sehen beziehungsweise natürlich weiter in Richtung 28.500 beziehungsweise eventuell sogar 27.000 US-Dollar fallen. Was wir momentan natürlich noch unter uns haben, ist der 50-Day-Moving-Average, da sind wir momentan so ein bisschen am Tanzen drauf. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen auch wieder extrem geringe Volatilität, nachdem wir hier den Abverkauf hatten, nachdem wir hier erneut rejected wurden an unserer Trend-Linie und dementsprechend benutzen wir diesen gerade noch als Support, aber Leute, ihr seht es ja auch, wir haben es bis jetzt noch nicht wirklich geschafft, hier mit dem Kurs nach oben hin abzuspringen. Das bedeutet, es wird natürlich auch zunehmend wahrscheinlicher, dass wir hier nach unten hinwegbrechen und erstmal wieder unter den 50-Day-Moving-Average fallen und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das jetzt im Laufe der nächsten Woche passiert, einfach weil wir ja jetzt auch dann heute Nacht einen sehr bearischen Weekly Close haben werden. Was wir uns ebenfalls nochmal anschauen können, sind die Bollinger-Bands, diese sind momentan auch wieder einigermaßen gesqueezed, nachdem wir hier natürlich dieses kleinere Short-Movement haben, sind die etwas auseinandergekommen, aber trotzdem können wir damit rechnen, bald hier weiter Short zu gehen, aufgrund der vielen verschiedenen Indikatoren, die wir jetzt momentan für einen Dump haben. Das ist natürlich auch wichtig und dementsprechend, Leute, wollen wir uns auch nochmal den Stunden-Chart anschauen, aber auf dem Vor-Auli, da hatten wir ja jetzt erstmal hier dieses Rising-Broadening-Wedge, ist aber jetzt nicht mehr so ganz valide, muss man natürlich sagen, nachdem wir hier dann wieder reingegangen sind, wieder rausgefallen sind und momentan sind wir hier einfach ein bisschen in einer Seitwärtsbewegung. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Mikrowiderstand, sage ich jetzt einfach mal, hier bei ungefähr 29.400 US-Dollar, da werden wir jetzt auch momentan gerade rejected und es sieht auch nicht danach aus, als würden wir diesen mit der nächsten Vor-Auli durchbrechen, aber falls wir diesen durchbrechen, könnte es natürlich sehr gut sein, dass wir hier im Verlauf des Tages eventuell noch auf die 29.700 US-Dollar gehen. Ob wir diese dann natürlich nach oben hin durchbrechen, bleibt ein bisschen offen, ich persönlich denke es nicht, einfach weil wir das vorher hier auch nicht geschafft haben und jetzt momentan auch nicht wirklich die Kraft haben. Dementsprechend könnte ich mir eher vorstellen, dass wir dann spätestens hier rejected werden oder es wie gesagt hier mit dem Bitcoin-Kurs gar nicht über die 29.400 US-Dollar schaffen werden. Und Leute, das war es dann auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Lasst doch gerne ein Like oder ein Abonema da und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao.